ist das hier wieder im bunker oder was ist das hier ja ich sehe gar nichts mehr was ist das hier ich gehe gleich zu den großen im platz hier ist auch noch ich hätte vielleicht erst mal nicht entlang laufen sollen aber hier gibt es auch noch was ja nix hier gibt es absolut ein bisschen munition radio der brennt schon ach du scheiße da sind noch mehr große solche mich nicht rein hier wo ich bin dass wir ganz ja wie der ganze eine ganze paar wer kommt wer kommt denn da ist ein ganzer langer flur so weit bin ich noch gar nicht doch jetzt aber nein bin ich auch noch nicht doch wenn du dich umdreht ja ich habe mir ich gerne ja 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 dann ist doch auch wieder so ein scheiß bunker zeug oder wo sie nur wie jede menge panzer und milli 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 fahrzeugtiere und was der schießt ist ein abgesperrter tresor ich werde wahnsinnig und man ich komme da nicht rein ich habe den schluss ja nicht dafür ich habe die fähigkeit nicht dafür man ja ja kisten looten in dem mix wie immer ich brauche immer dieses falsche money ich brauche ohne money ok gehen wir erst mal hier da wo die fahrzeuge sind warte mal vielleicht ist ja hier irgendwo noch so eine kassette oder sonst noch irgendetwas weiß man ja alles nicht scheiße ist das ja alles ist nix wer schiebt denn hier schon wieder hier hinter ist eine pinkelrinde oder sowas oder waschbecken oder was auch immer das ist hier 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 hat er dann mit hier kann man immer gebrauchen hier hat auch hier machen wir nochmal die... hier ach, da hoch so war es so wieder uns durch ein trauen marci hat ein panzer gefunden nein ich will dann bunker ich will kein bunker mehr hier ich will kein bunker mehr ich will kein bunker mehr was ist dunkel das gefällt mir gar nicht hier die geht auf keine ahnung die geht auch auf also hier ist auf jeden fall haupt eingang oder ausgang wie auch ich stehe direkt wieder bei dem großen jetzt Nein, das stimmt mit dir nicht. Aua, 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 ich werde hier angegriffen, Aua, bitte, 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 ich heil mich erstmal. Doch, gibst du Wendeltreppen, unten, eine Wendeltreppe, eine Wendeltreppe, eine Wendeltreppe. Wow, Enemix, was war das? Oh, meine Knarre ist leer geschossen. Ich könnte mal so ein bisschen andere Waffe gebrauchen jetzt. Wo ist der Generator? Wo ist der Waffe? Wo? Fall, Signal, Fackel, meine Fresse. Nochmal ein bisschen Licht in Feuer. Wow, 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 wow. Ich achte den Großen hier. Nein, ich achte mich. Alles klar. Ich weiß nicht, wo ich gerade langlaufen bin, nach der. Hä? Nee. Hä? Der schießt mit Racken! Der schießt mit Racken! Wo ist der Tor geöffnet? So. Ja. Aber der ist halt nicht. Hubi, tu was! Hier ist wieder was. Die anderen müssen kommen und helfen. Komm, komm, komm. Wir suchen den Generator. Ach, Generator! Ohne uns hier! Wir kämpfen immer noch gegen den Großen! Da hinten ist noch eine Tür! Der Bunker ist noch viel größer. Ist der ein Fein? Ja, hier war nur ein Fein. Ja, hier war nur ein Fein. Da ist er noch. Hier ist der Generator. Ja, toll. Wir haben den überlegt. So, fertig. Jetzt noch eine Gas. Jetzt ist fertig. Granate! Jetzt müssen wir jetzt zurückgehen zum... Ich hab ihn! Ich hab ihn platt gemacht! Den Bigfoot hier! Den Big Teddy! Jawoll! Alter! Joa, Stufe 5 Waffe! Alter, was ist das denn für eine... Erweitertes Erste Hilfe! Kenn ich gar nicht! Will ich haben! Hab ich noch nie gesehen! Vorsicht, Bruder! Da kommt was! Angereicht! Angereicht! Ich hab keine Ahnung! Ey, hab ich jetzt alles genommen hier? Ich weiß ja nicht! Ich kann nichts mehr nehmen! Bei mir ist... Ich spiele in Zeitlupe gerade! Geh doch hoch! Ich kann schwönen! Mir fehlt die Hälfte hier! Ey, so viel Munition! Ach, jetzt kommen sie! Weißt du? Jetzt, wo ich den kaputt gemacht hab! Die kommt jetzt doch am Arsch denken! Wir haben den Generator unten schon angemacht! Jetzt müssen wir das Kommandozentrum finden! Mhm! Hier ist abgesperrt! Da ist doch grün! Da brauchst du alles grün haben! Alter, was hab ich denn? Ich hab das, 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 das! Ich muss auf jeden Fall hier mal... Ne! Hä, was ist denn das hier? Die kann auch da hin! Alles klar! Ey, aber die ganze Munition, die der bei sich hatte! Was ist denn mit euch? Dann nehm ich doch! Dann nehm ich doch alles! Danke! Nein, das nicht! Äh, das nehm ich, das nehm ich! Danke! Jetzt geht's Marco! Alles klar! Wir gehen das mal dran, ne? Gucken! Das kann auch da sein, genau! Das ist ja noch ein Feind! Hier geht da lang! Ja, das ist interessant! Und ich guck erstmal, was da hinten noch ist! Die ganzen Container, wo wir noch nicht gewesen sind! Oben! Hier, Banker! Hier ist nix! Hier auch! Ja! Ja, ja! Was ist aber das für ein Weg? Guck mal da! Was ist das für ein Weg? Das ist wirklich! Sieht so... Ach! Yeses! Ich spiel dann mal wieder ein bisschen alleine hier! Ja! Bis zur nächsten Folge! Da kommt! Da kommt einer! Hier gibt's überall Wege rein und... Du weißt doch gar nicht, wohin du sollst hier! Das ist viel zu groß! Ey! Die sind doch wahnsinnig! Die sind doch irre! Die sind doch krank im Kopf! Okay! Da geht's irgendwo anders lang! Ja! Ich bin mal gerade die Treppe hier hochgerannt! Aber... Irgendwas hätte geschossen jetzt! Hallo! Hi! Da gehe ich aber ganz, ganz, ganz zum Schluss gehe ich! Boah! Ich seh nix mehr! Hier vorne gab's gerade auch noch hier immer ne Tür! Wo war denn das? Wo hast du uns erwartet? Schön, dass der Massim in Tobi da alleine spielt! Wenigstens nicht, äh... Ein Team! Sowieso! Jetzt gerade! Ja! Wir haben hier zwei... Wir haben hier zwei... Oh! Wow! Bitte! Sie auch auf? Hallo? Alles klar! Der ist platt! Was ist denn da so ein Schlafraum? Muni, 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 Muni! Hier sind bestimmt noch mehr! Eine Militär! Oh! Ne, die Militärhose! Ja klar! Was ist denn da so ein Schlafraum? Alter! Der springt hier über die Mauern! Ist der irre! Komm doch hier runter! Komm doch hier runter! Wenn du dich traust! Wir fangen jetzt an hier die Putz zu jagen, ey! Boah! Wie schnell ist er! Wo ist denn die Tür? Wo ist denn die Tür? Du blöde Sau! Ja! Ich hab Panzerbrechende Munition hier in der Knarre, Baby! Sieht genau so aus wie... So sieht das aus! So sieht das aus! Ne! Ach du Scheiße! Die Bunkeranlage geht doch noch weiter, ne! Ja! Aua! Ja, Falsschaden! Danke! Das ist gut! Ach du Scheiße! Ja! Wartet ab, bis ihr hier seid, wo ich gerade bin! Oder... Andersrum! Okay, müssen wir ein bisschen falsch sagen! Akzeptieren hier! Das ist hier alles! Viel zu viel! Überall Panzer und Panzer und... Paul Panzer! Und das ist noch lange nicht alles hier, glaube ich! Oh! Martin, es geht runter, ne! Das wird noch lange nicht alles sein, ne! Ich dachte, wir reden als Team! Es geht runter! Es geht runter! Ihr wartet ja nicht auf uns! Das sind irgendwie so... Oder... Ach ja! Ja! Die Tür war ja zu! Da sind wir gar nicht reingekommen! Ja! Und wir sind jetzt ganz weit da unten irgendwo! Äh... Ja! Stopp, 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 stopp! Was ist das? Fuck! Sollen wir den töten? Warten! Stufe 3! Automatgewehr 5! Aha! Immer weiter! Immer tiefer! In ne Scheiße rein, ja! Ist aber leer! Hier ist noch ne Kiste! Sanitärpaket! Was ist denn hier, ey! Kann ich denn die blaue nehmen und die blaue nicht? Hey, jetzt ist die weg! Vielleicht bei euch! Versteh ich nicht! Hä? Hä? Ach du! Über Leichen! Über Leichen! Über Leichen hier! Ey! Wir sind jetzt einmal rum... Einmal rumgelaufen! Echt jetzt? Echt jetzt? Hallo! Äh! Wo die Panzerkorbit drin waren? Näh! Bestimmt nicht! Doch! Der ist dort jetzt an der Stelle! Doch! Was? Ist an der Stelle? Dort waren wir doch eben! Schau mal auf die Karte! Wo jetzt das Missionssymbol ist! Ich würde auf jeden Fall links wieder rumgehen! Ich gehe hier! Ja! Ach jetzt muss ich nach unten wieder! Ernsthaft? Nee! Dann... Ach soll ich an der Stelle abbrechen? Aber wo ist der Unterschlupf hier? Ich weiß auch nicht! Ich glaube ich werde an der Stelle hier abbrechen! Boah! Ja! So meine ich das nicht! Ich kann auch langsam nicht mehr! Ich bin kaputt! Bin nicht! Und hier geht noch mal runter! Und noch mehr Gänge! Und ja! Alles klar! Ich breche hier ab! Auf 250 Grad! Und kühler Regat 32! Auf! Wolltmeter Temperatur! Und hast du nie gesehen! Ja! Da ist der rote Knopf! Driftet! Und... Jungs! Hier unten! Guck mal! Ach ja! Hier unten! Guck mal! Hubi! Ich will nicht mehr gucken! Ja! Die andere Seite ist offen! Ja! Ich war Schmerzähne! Jungs! Was ist das denn hier? Ja! 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 Zu viel des Guten! Jungs! Trotz der Rennen! Bis zur nächsten Folge! Dankeschön! Tschüss! Auf! Wurde sehen!